Du bist nicht fett. Schlapp dir zwei Stühle und setz dich zu. Ja, genau. Wo ist da einer? Ach, hallo! Jo, genau. Ach so, der kommt angescheistert so langsam, sobald ich das Tor aufmache. Na gut, soviel dazu. Ah ja, wir können ja da hinten raus. So, da war keiner. Wo waren die zwei nochmal? Genau. Den konnten wir glaube ich ablenken oder sprengen, aber ich will den lieber ablenken. Wenn's geht. Sprengmöglichkeit. So, den konnte man eigentlich auch so abschalten. Ah, knapp. Ja, auch nicht. So, jetzt konnte ich hier langschleisten. Ecke. Also nicht. So, Deckung. Flupp. Ja. 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 Mach mal von vorne, ey. Ich brech ins Essen. Ach schön. La la la. Der wird eh gleich an der Tür stehen. Er kommt irgendwo lang gedackelt. Ach, von außen oder whatever. Du hast keine Wache geholt. Genau. So, die beiden haben wir schon mal. Als nächstes den nächsten. Beiden. Jetzt sehe ich da. Der. Also guckte auf einmal da hin. Hm. Nehmen wir mal die Deckung. Knapp. Wieso sieht der mich ständig? Wieso guckt der jetzt überhaupt da hin? Dann schalten wir erstmal ihn aus. Ablenken. Gut. Oh, dann eine Waffe, die wir nicht aufsammeln können. Nö. Haben wir schon. gut. Was? Ablenken. Diesmal können wir ihn ablenken. so, um die Ecke können wir jetzt schon mal drehen. so, um die Ecke können wir da hin. Ups. Was? Was soll's? Was soll's? Nicht mein Problem. genau. überhaupt nicht dein Problem. Noch nicht. Hoffe ich zumindest nicht, dass ich nochmal alles machen muss. keine lust mehr. So. 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 Wo Imperialurg. Ja, ich nicht. Wehe, du hast jetzt die Dings aktiviert. Nee. So, jetzt warten wir, dass er da vorbeispaziert. Er kommt hier rein, um was zu überprüfen. Genau. Deswegen haben wir den nicht mal von Anfang an gesehen. So. So. Das hätten wir auch. Dann wieder dasselbe wie vorher. So. Da ist noch unten eine Wache. Der guckt woanders hin, das ist gut. Ich suche mehr ein Ziel. Ich brauch nur diese Knarre. Einfach mal nichts sagen. So. So. Und wird er gleich hier angescheißert kommt, um nachzugucken. Ich muss ja nicht immer unbedingt hinrennen. So. Knoten im Mund, im Mund, im Zungel, Arsch. Wieso hat er mich gesehen? Jetzt geht's immer früher schief, oder wie? Okay. 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 So. 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 so ausschalten schön und weiter geht's drehen und in deckung da können wir schon um die ecke zur nächsten deckung hier bleiben wer sieht mich denn da auch der schön ich will das jetzt nicht unbedingt in zwei folgen aufteilen müssen so ausgeschaltet falsch wo läufst du denn lang du trottel oh nein oh nein ich laufe mitten ins gesperrgebiet und kein interessiert oh mein gott so so lenken wir ihn mal ab so 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 was ist das denn für die quietsche gerade so verstärkung direkt mal verhindern auf dem weg dahin warum auch immer so 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 wo so 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 Dann können wir ja rennen. Total sinnlos. Fall hat der Knopf gedrückt natürlich, ne? Beim in Deckung gehen. So. Du nervst echt übels. Kann man ihn ablenken? Ja. Er kommt. Ihn muss ich mal ablenken. So. Scheiße, wie die patrouillieren. Hm. 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 Waaat. Der muss hinten sein, während der vorne ist. Und dann haben wir schon mal fast alle... Oh, der eine Sack hat da vorhin hinten... Genau, der hat vorhin Verstärkung gerufen. Natürlich könnte ich auch den erstmal ausschalten. Wo ist er? Natürlich hier vorne, dass er mich sehen würde. Nein! Huuu. Jaaaah. Sieb ich sofort. Ach, leck mich doch am Arsch. Hallo? Mann, gab denn hier nie irgendwas? Hau! Eins. Moment, die Plattform kann man doch auch drehen. Da könnte man... Ihn zuerst ausschalten. So. Ihn kriegen wir gleich. Und ohne, dass er schießen konnte. Gut. Knapp. So. Jetzt müssen wir den da unten ausschalten. Er sieht mich. Nicht. So, Deckung. Das müsste noch reichen. Jo. Ecke. Deckung. 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 Profiling aktivieren. Sprengen will ich nicht. Ich möchte es mal ohne Tote schaffen. So. Jetzt kommen wir zu ihm. Dann gehen wir hier lang. Das ist keine Schwachstelle oder sowas. Nö. Verstärkung deaktivieren. Rums. So. runter. Müsste da auch eine Plattform sein. Da kommen wir rüber zu denen da. Und den muss ich auf jeden Fall als erstes ausschalten. Glaube ich zumindest. hoff ich. Das klappt. Deckung. 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 Den könnte ich sprengen, aber will ich noch nicht. Deckung. Deckung. Um die Ecke. Ich will erstmal ihn hier ausschalten. Da sind zwei. Ich werd bekloppt. Warte mal kurz. Serverzugang. Oh scheiße. Ablenken. Nein, er hat mich gesehen. Ach komm, jetzt weiß ich was, ist mir scheißegal jetzt. Schieß in Ruhe nach, äh, lad in Ruhe nach, genau. Let's los, ich seke mal ein. Oh. Rest zum. Anach. Ich werd so schnell nicht füge, Schädchen. Ah. Wo ist er? Wo sind die Leute hin? Scheiße. Ja, klar. Oh nein, schon ne Dreiviertelstunde an dieser blöden Mission bei. Und natürlich wieder ganz von vorne. Nee, Quatsch. Ah, gut. Schön ist was anderes, aber soll es. Und jetzt werd ich hier einen einfach mal sprengen, das ist mir jetzt auch egal. Bei denen nicht. Braue ich euch abzulenken. Bestärkung verhindern, braue ich ihn nicht. Egal. Na, kommt Plattform. Ablenken. Das wäre vielleicht ne Maßnahme. Ups. Ach, wohl kaputt, ist ja nichts Neues hier. Ich könnte ihn ablenken und dann... So. Gut, sobald er wieder zurückkommt, lenke ich ihn ab. Und ansonsten wolle ich mich durch, wenn das irgendwie wieder schief geht diesmal. eng eine Deckung finde ich schon. Ja, ich muss das wohl leider in zwei Folgen wieder aufteilen, weil... und so... So, mehr mehr warten. Kleinen Moment. Naja, gut. Möglicher Sichtkontakt. Ich schaue mir das mal an. Ach, gut. Bisschen umständlich gelöst, aber gut. Deckung. 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 Klong. So, und jetzt muss ich irgendwo... Ach, da eindringen? Oh, nee, ne? Ähm, ich hab keinen Timer, oder? Mal gucken. Da geht's los. X, X. X, X. X. Und nu? Achso, jetzt kommt von da oben Strom. Jetzt kann ich ihn praktisch so lenken. Und... So, und geknackt. Nächste Phase, sag ich schon. Hacken. Das hat ein bisschen schneller gemacht, aber egal. Wir haben sie jetzt endlich so gut wie geschafft. Hä? Hä? So, gibt's hier noch was? Dann müssen wir zu der Kamera. Ja. Dann entriegeln. Hacken. Dann entriegeln, hacken. Oh, bleib nichts privat. Eine Lightning Daita. Ja, die sind sehr dabei. Schön! Dieser Teil der Kampagnen-Mission ist fertig. Leider in zwei Folgen statt in einer. Aber was solltet. So. Wo komm ich jetzt zurück? Da, ne? Ne. Da bin ich zurück. Einfach nur schnell raus und dann ist die Mission durch. Und das Auto ist weg oder wie? Aber ich hab's anders geparkt. Na egal. Wir sind draußen. Ja. Ja. Okay, bin drin. Jetzt ist Racine. Finden wir raus, was Bürger Niki weiß. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Gut. Gang-Versteck. Aha. Gut. Beim nächsten Mal mach ich aber dennoch. Dings-Mission weiter. Ich hoffe das. Jaja. Die haben wir jetzt alle aktiviert praktisch. Oder freigeschaltet, dass wir sie auflösen können, sozusagen. Äh. Hacken. Deaktivieren, whatever. Ähm. Nehmen wir mal unser Standard-Versteck. Mit X am besten nur schnell reisemäßig. Gucken wir mal, ob es irgendwelche neuen Nachrichten gibt. Ach, da ist ein anderes Versteck. Ist ja auch egal. Komm, rein da. Wollen wir das schon? Ja. Gut. Ab in die Pofe. Zum Speichern. Ja, 10 ist gut. Ja, dann werden hier drauf zwei Folgen. Hilft ja nix. So. Wie auch immer. Nachdem wir uns ein bisschen ja blöd angestellt haben. Oder es einfach zu sehr auf Schleichen machen wollten. Und uns eigentlich das hätten sparen können. Hätte ich gewusst, dass es direkt daneben ist. Das Teil zum Hacken. Naja, gut. Gut. Wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir weitermachen. Mit, ja, ich denke mal Nebenmissionen. Und wie immer verabschiede ich mich mit einem. Bis denn dann. Bis denn. 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 Bis denn.